Hallo und herzlich willkommen. Wir sind IC. Wir sind der Standortbetreiber bei Böhringer Ingelheim und strategischer Partner für alle Geschäftsbereiche. Wir bringen unsere Kompetenzen in den Bereichen Infrastruktur und Logistik, Außenwirtschaft und Mobilität, Safety, also in der Sicherheit, Environment, der Umwelt und dem Engineering, also Ingenieurswesen und Technik ein. Daher auch unser Name, IC. IC gibt es neben Deutschland auch in den Ländern USA, Österreich, China, Japan und Frankreich. Wir sind global vernetzt, arbeiten regional projektweise zusammen und betreiben und entwickeln insbesondere die zwei großen, komplexen deutschen Standorte weiter. Mit unseren innovativen und integrierten Lösungen generieren wir Mehrwert für alle Geschäftspartner bei Böhringer Ingelheim. Wir stellen mehr als 200 technische Lösungen und Dienstleistungen bereit, lagern über 20.000 Artikel und betreuen Großprojekte im Volumen von 300 Millionen Euro pro Jahr. Mit dem gewalten Wissen von mehr als 1000 Kolleginnen und Kollegen bieten wir innovative und agiler Lösungen an. Wir fokussieren uns dabei auf die Dinge, die zur Zukunftssicherung der Standorte beitragen und unterstützen dabei die Vision 2025. Schauen wir uns die Tätigkeiten der IC nun etwas genauer an und gehen dorthin, wo ein Medikament entsteht. In die Innovation Unit. Mit hochautomatisierten Anlagen unterstützen wir die Forschungs- und Entwicklungsprozesse und stellen dafür speziell ausgebildetes Fachpersonal bereit. Wir qualifizieren, fördern und unterstützen unsere Mitarbeitenden dabei, Neues zu lernen und stetig besser zu werden. Für die Mitarbeitenden bei Böhringer Ingelheim bieten wir ein modernes und sicheres Arbeitsumfeld mit zukunftsorientierten Mobilitätsformen. Mit flexiblen Smart Working Bereichen für eine bessere Kommunikation und Kollaboration, für mehr Wissenstransfer, für mehr Kreativität. Ich fühle mich im modernen Arbeitsumfeld wohl und schätze den gemeinschaftlichen und offenen Umgang bei IC. Mit unserem Know-how unterstützen wir unsere Businesspartner und stellen dafür innovative, smarte Technologien bereit. Gehen wir einen Schritt weiter zu Compliance und Inspektionssicherheit. Für die Umsetzung und Beachtung der Compliance-Richtlinien arbeiten wir gemäß GXP, EHS und Zollvorgaben. Dazu gehören zum Beispiel die Kalibrierung von Laborgeräten und Messinstrumenten sowie das EHS-Behördenmanagement. Damit stellen wir sicher, dass alle genehmigungspflichtigen Anlagen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Wir sorgen für die Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien und stellen damit eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren Kunden und Geschäftspartnern sicher. Durch die Überwachung von Grenzwerten in der Umwelt und am Arbeitsplatz leisten wir einen wichtigen Beitrag für eine saubere Umwelt und die Gesundheit unserer Mitarbeitenden. Dies gilt natürlich auch für die Produktion. Auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren wir flexibel und sorgen in kürzester Zeit für die Planung und den Bau von technisch hochmodernen Gebäuden und Anlagen. Wir bewahren dabei im Rahmen von BeSafe und BeGreen immer unseren hohen Standard in der Arbeits- sowie der Umweltsicherheit. In punkto hoher Standard mit unserem Mobile-Maintenance-Ansatz gewährleisten wir eine hohe Anlagenverfügbarkeit für die Produktion. Sollte mal ein Ersatzteil fehlen oder es wird ein ganzer Prototyp gebraucht, kein Problem. Mit unseren 3D-Druckern können wir flexibel auf fast jede Situation reagieren. Kurz gesagt, wir bieten auch bei speziellen Business-Anforderungen agile Lösungen, wie zum Beispiel mit dem im Fast-Track-Modus gebauten Lager der Tiefkühl-Logistik in Biberach. Wir setzen neueste Technologien ein und entwickeln innovative Lösungen in hoher Qualität. Und außerhalb der Produktion? Hier dreht sich alles um die Standortversorgung. Mit unserer automatisierten Transport- und Werkslogistik sorgen wir dafür, dass Böhringer Ingelheim in Bewegung bleibt. Wir lagern zum Beispiel Gefahrstoffe und sorgen für den sicheren und GMP-gerechten Transport. Im zentralen Wareneingang empfangen wir Non-GXP-Materialien für den ganzen Standort, welche mittels RFID-Technologie vollautomatisiert verbucht werden und stellen diese unseren Kunden noch am selben Tag zur Verfügung. Darüber hinaus bieten und entwickeln wir zukunftsorientierte und nachhaltige Mobilitätslösungen für alle Mitarbeitenden. Wir reagieren auf Veränderungen mit innovativen Ideen in allen Bereichen der Logistik und tragen so positiv zum dynamischen Wachstum unserer Business-Partner bei. Bei allem, was wir von IC tun, sind wir uns bewusst. Wir tragen unternehmerische Verantwortung. Für die umfassende Beratung von Mitarbeitenden aus allen Funktionsbereichen. Für die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind. Für eine intakte Umwelt und den schonenden Umgang mit Ressourcen, sowohl im Betrieb von Anlagen als auch von Fahrzeugen aller Art. Dafür, dass die Menschen bei uns gesund und sicher arbeiten können, in Krisensituationen bestens geschützt sind und Gefahren abgewendet werden. Entsprechend richten wir unser Handeln aus, um unseren Beitrag zur Ambition 2025 zu leisten. Wir sind IC. Wir generieren Mehrwert. Mit Sicherheit. Jeden Tag.